Gemüse ist bei uns in der Gegend und speziell bei uns am Hof eigentlich seit vier Generationen immer gemacht worden. Wir sind seit zehn Jahren biozertifiziert. Das war eigentlich für uns das Beste, was wir da haben können. Großteils kriege ich in der Früh die Bestellungen, dann fahren wir aufs Feld, wird geerntet, bei den Krätern wird es verbockt und meistens zwei Stunden später ist es im Regal. Recht viel kürzer und frischer geht das eigentlich nicht mehr. Von daheim das Beste ist ein dämmbarer Begriff vielleicht. Für mich bedeutet es die Stärkung und Erhaltung der Regionalität. Was wäre unser Salzburger Land? Ohne die kleinen regionalen Betriebe. Wenn wir die nicht mehr haben, dann schaut die Landschaft anders aus, dann ändern sich viele Sachen. Für mich persönlich bedeutet die Zusammenarbeit mit Enterspar schon sehr viel und du wirst da als gleichwertiger Partner sehen. Gelistet haben wir bei drei Enterspar-Märkte und der weitest entfernt ist von uns Enterspar Hallein. Das sind 15, 16 Kilometer Autobahn von hier und dann haben wir einen Euro-Park und Enterspar-Lehen. Da reden wir überhaupt von fünf Kilometern entfernt. Am meisten gefreut mich das, dass die Leute, die Kunden unser Produkt schätzen. Momentan ist es Gott sei Dank so, dass die Leute erfreut haben und du hast einfach das Gefühl, was man macht ist einfach was Besonderes. Und das motiviert einen. Wir produzieren von daheim das Beste.